hallo freunde willkommen zurück und weiter geht's also grüne blätter besorgen für die dame aber das hier interessiert mich mal fällt das jetzt runter wenn ich hier schaut mal schaut mal fall und bogen geht's so aber wir sind ja nicht nur um unsere wie nennt man das für 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 sommer schnell ist das so zum klettern spring geht auch vergnügen genau vergnügen da also abchecken die lage ob irgendwelche fischer hier sind vor allem die siebel zahntiger die sind ja wie wir gesehen haben sehr stark sehr schnell und sie haben geschmack auf menschenfleisch adela gestatten ab also ok ist auch so ein viel brauchen wir aber nicht grün blätter müssen nämlich besorgen also ich muss auch sagen mit den geräuschen im spiel überhaupt mega geil gemacht es kommt von links es kommt von oben wie die vögel es kommt von rechts was da was da so ich glaube oh die haben schon erwischt wo ist er denn nochmal da liegt hier auch einer ok jetzt weiß ich wenigstens bescheid wenn so ist das jemand oder was ist das rote da sind auf jeden fall unsere feinde und ich muss sagen die haben mich von verdammt weit eigentlich gesehen ach du scheiße oh die fressen ja menschen können jemandenismus würde ich sagen oh mal lieber her ist er echt schon tot alter schwede ich wage es mal hier anzuzünden oder beziehungsweise kann ich das hier auch kaputt machen also nach zwei schlag hat er überlebt ist auch ein bisschen seltsam gibt es noch mehr als ich feinde bevor ich wieder zurückgehe aber ich habe auch das ist das ist ich ein Wie, ich kann nicht mehr auffilmen, die Keule hier, oder? Die ist kaputt gegangen. Okay. Wie auch immer, wir gehen wieder zurück. Was ist das hier? Gibt es was Schönes? Cool. Ich dachte, das brennt. Was ist das? Ah, jetzt bringt er... Boah, der brennt und rinnt weiter. Alter, schwer, das ist noch nicht... Oh, Feinde. Oh, Feinde. Oh, Feinde. Boah, den hab ich gekillt. So. So. Ach, da auf jeden Fall richtig Bock, Freunde. Bevor ich aber zu ihr gehe, möchte ich mal gucken, was es hier so Schönes eigentlich gibt's. Oh, da wird das auch sein. Okay. Na ja. Ich geh mal zu ihr wieder. Zu Sailor. Hallo, Baby. Checkpoint. Ja. Ja. Dann geht's. 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 Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum, mein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum, mein Wachstum. Machen wir doch, Baby. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Oh, ich dachte schon, wie ich übers Feier gegangen bin. Karte, Karte, sehr schön. Ist das? Tasche. Okay. Das setze ich doch mal gut an. Okay. Okay. So, Dorf, Rohstoffe, Lagerz, okay, ich waffen kann nicht eigentlich... Eigentlich da reinklatschen, also alles. Tierfälle und so weiter und so fort. Was das denn hier ist? Aber auch ziemlich viel am Leuchten. Ach, wie ist das jetzt... Mein Dorf hier? Okay. Was gibt's denn hier noch? Leuchtfeuer aus dem Posten. Freunde! Es gibt verdammt viel zu tun. Im Spiel. So mal freue ich mich drauf. So, hier ist was, kann ich pennen, da? Ausruhen. Gucken, das ist auch so schön hinlegen auf dem... Löwenzahn. Fell. Aufstehen, mein Freund. Dokeli, dokeli! Ja, 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 ich weiß. Wie, das war's? Der Dinastiehund, okay. Karte. Dein Dorf. Okay. Was ist das denn hier aus dem Posten? Dann gehen wir mal da hin. 300 Meter. Und natürlich nicht vergessen, immer drumherum schauen und gucken. Ob da irgendwo Feinde sind. Was ist denn da oben? Kannst du hier hoch? Ich denke nicht. Ey, bleib doch mal stehen! Hallo? So. Das Schirm ist voll mit Feuerstein. So, das ist ein Feuerstein oder was? So. Dann wollte ich eigentlich noch her gehen. Ach wie, ich hab' immer so... Ach! Ich hab' gar nicht gesehen. Boah! Geht ab. Geht ab. Wie gesagt, die Ziele tun uns nix. So, jetzt ist auch noch nix. Sehr gut. Dann können wir hier runterspazieren. So, jetzt schauen wir an Wasserfall irgendwo. Juhu! Ich hab' schon auf Popo gerutscht. Das ist ja unser Wasserfall. Das ist ja unser Wasserfall. Okay. Ein Fragezeichen. Da gehen wir natürlich auch rein. Wenn aber, ich möchte davor definitiv hier runter, denn ich wollte ja hier sein. was... Wo ist das denn? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ist das... Ah, hier ist es auch. So, jetzt... Wieder... hoch. Okay. Da sind schon... Also... Da sind... Da sind... Da sind gefällig aus. Sagen sie mal so. Jetzt müssen auf jeden Fall gleich leise sein. Ich hab' aber hier gut genascht. Kommt doch her, Feiglinge! Okay. Gift! Auch mit Giftbomben auf dich. Oh, scheiße. Okay. Los, raus hier. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Äh... Hallo? Geht gar nicht. Okay, dann leider nicht. Gut, Freunde. Waren ja hier. Was ist denn hier noch was Schönes? Wer möchte ich nicht erledigen? Ich sag mal so. Dorthin möchten wir. Okay. 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 Ich sag mal so. Hop! Ich sag mal so. Ich sag mal so. Das war's für heute. Was ist das? 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 Was ist das?